Hey, sieh auch konnigschuwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Donkey Kong Country und dabei ist auch wieder der... Weehawk LP. Ja, mal wieder machen wir hier Bestrafung und so weiter. Ja, wir singen diesmal beide, weil wir zwei Game Over hatten. Du darfst anfangen. Okay. Also, ich muss dazu sagen, bei diesem Lied kann ich nur den... den Refrain sozusagen, aber... Es passt zu Donkey Kong. Es passt zu Donkey Kong. Es passt sehr gut zu Donkey Kong, das stimmt. Okay, dann legen wir doch mal los! Ring 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 Ring, Banana Phone. Ring 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 Ring, Banana Phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing sing. Ring 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 Ring, Banana Phone. Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding. Do... Nanaphone! Oh, scheiße. It grows my bunches, I've got my hunches, it's the best beats the rest. Cellular, modular, interactive, audular... Kann das nicht. Ring 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 Ring, Banana Phone. Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping, Banana Phone. It's no baloney, it ain't a phony, my cellular, banana phone. Don't need... Oh, das ist ein scheiß Dicks. Don't... Don't need time to call a friend of mine. Na komm, lass es. Ich sing einfach Ring 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 Ring, oh Gott. Ne. Lass es. Und jetzt kommen wir zu meinem Lied. Er hat diesmal nichts rausgesucht. Ich hab ihm was angeboten. Eins, was ich auch auswendig kenne. Es ist von dem Anime K.O.N. Und zwar ein German Fan-Dub, kann man jetzt mal sagen. Ähm, ich muss mich jetzt kurz an den Anfang erinnern. Achja. Wann immer ich dich auch seh', macht mein Herz einen Riesensprung. Süße Gedanken, die meinen Kopf herumschwirren, so weich und leicht. Ich gebe mein Bestes. Schau in deine Augen. Ich habe den Text auch gerade vergessen. Verdammte Scheiße, Kacke, ich hab den Text ehrlich vergessen. Das passt, das ist so mies und... Dann mach Lucky's da! Nein, Quatsch. Mimimida gudul, Mimimida gudul, Mimimida gudul, Mimimida gudul. Sehr gut. Sehr gut. Kennst du das Lied? Ja, natürlich. Du kennst Haruja Susumira? Ja, natürlich kenn ich. Geil. Also, das muss man kennen mittlerweile. Natürlich muss man das kennen. Sogar nach meinem... Ich bin bei einem Fan-Up übrigens dabei gewesen. In einer Folge habe ich da den Kion gesprochen. Oh, cool. Also, das muss man mittlerweile kennen, denke ich. Das ist sehr bekannt geworden mittlerweile. Oder so ähnlich ging das doch. Gott, nur so verpanisch. Hm? Ach. Und auf Deutsch? Ich bin verwirrt. Oh, mein Herz, dass er bricht wegen dir. Wie hoch ist dran? Wieso drückt er keine Tasten? Ja, ich blinke hier so schön, nicht wahr? Die ganze Zeit bin ich am Blinken. Wahrscheinlich, weil ich immer noch Angst habe vor Diesdorfsrache. Wenn du willst, kann ich dir den Link zu diesem Zapier schicken. Oh, cool. Ja, kannst du mal machen. Ja, der geht circa 24 Minuten. Da habe ich, wie gesagt, die Hauptrolle Kion. Das war teilweise sehr schwer. So wie das hier. Oh, Mann. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil da auch manche sehr merkwürdigen Insider dabei rausgekommen sind. Na gut, ein Insider sind's nicht. Man muss halt nur ein paar Charaktere aus den Filmen kennen. Aus vielen bekannten Filmen, wie zum Beispiel James Bond. Wer kennt den nicht? Wer ist das? Das ist so ein Afro-Amerikaner, der bietet... Ach so. Ja, da kenne ich ihn, glaube ich. Äh, ja, äh. Ja. Ich glaube, wir sollten den Kindern nichts Falsches erzählen. Wie war das noch mit deinem siebenjährigen Fan V-Hawk PL? Ja, stimmt. Ich muss mich da natürlich kinderfreundlich immer noch verhalten, aber... Oh Gott. Wir dürfen diesen kleinen Wesen nichts Falsches erzählen von irgendwas Bekannten und dann erfahren das die Eltern und wir kriegen einen drauf, weil wir scheiße labern. Ich darf zum Beispiel nicht mehr über Tentakel oder sowas reden. Dann ist alles in Ordnung. Ach, ich weiß ja nicht, ob ich acht- oder siebenjährige Fans hab. Bei mir ist das ja nicht ganz so schlimm. Es wird mich aber nicht wundern, wenn es sieben- und achtjährige gibt, die diese Tentakel-Dinger da kennen. Ähm, wenn die jetzt zu ihren Eltern oder, was weiß ich, Verwandten gehen und dann nachfragen, Tentakel, was ist das? Dann sind wir die Ersten, die angehauen werden. Wer hat euch deswegen gesagt, ja, das war der W-H-P und der Kinami? Frag nicht nach Tentakel, Kinder! Frag nach Tentakel-Hentai! Und dann... Nein. Lass, wir lassen. Setzt denen bitte nichts in den Kopf. Okay. Tentakel-Hentai! Ist ja schon schlimm genug, wir sind so alt und so abgespackt. Normalerweise benimmt man sich in den Alter schon etwas erwachsener. Da hast du völlig recht, Keanu. Was? Wie hab ich... Ich weiß nicht, wie du das getan hast, aber ich liebe dich dafür. Doch, im Ernst. Ich... Ich... Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Ich... Ich liebe dich dafür. Du bist der Beste! Du bist einfach der Beste! Ich... Du bist der Beste! Guck mal, jetzt mach aber ein Safestate! Ja, der muss jetzt sein. Haha! Wie geil ist das denn? Aber hab ich eigentlich nur gefailt. Ja, das war einfach genial! Schwarz... Das sieht ja bei der Schwarzwald nicht aus. Wenn du mich fragst. Und genau wegen diesem Level mag ich die Eiswelt so, weil das richtig cool aussieht. Er drogen! Das ist nicht der Schwarzwald! Ich kenn den Schwarzwald und der sieht anders aus. Ich war da noch nie. Ich war mal im Urlaub gewesen mit meinen Eltern und... Da einfach zwei mal draus springen. Oder egal. Die blauen gehen nach oben, die roten nach unten. Äh... Der ist das... Ich muss vorher springen, hab ich recht? Mhm. Um da ran zu kommen. Äh... Da kannst du aber auch gegensteuern, wenn du da nach unten klettern. Dann steuerst du da irgendwie gegen. Okay. Der will nicht abspringen, wenn ich das will! Äh... Jetzt spring doch mal ab! Der will nicht abspringen! Ne? Klatsch ab! Dann mach ich das! Da, 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 da! Wir haben die jetzt abgeklatscht! Yo, give me five! Siehste so runter und dann kannst du da... Oh man. So. Okay. Und das ist jetzt kacke! Yo! Da musst du hier nach oben und... Toll! Hier war ne... Hier war eine Höhle, das hab ich genau gesehen! Ja, natürlich war da eine Höhle! Wenn du das sagst! Wow! Wow! So elegant ist noch nie einer ein Seil hochgerutscht! Haha! Ja, ne? Das kann auch nur ich! Haha! Oh mein Gott! Wie kommt hier ein Geier rein? Was war... Wie kommt hier in diese Höhle ein Geier rein? Das freu' ich mich mit den Amodillos auch! Oh, das war doch jetzt wieder assi! Beide gleichzeitig! Ja! Oh nein! Ach, das ist so ne... Ach, das ist ne ganz... Da geht's runter, hoch, runter! Ja, die ist übel die Stelle! Da musst du nämlich sehr, sehr weit oben dann ansetzen! Moment! An das Seil kommen wir noch ran! Ich versuch das jetzt! Äh! Hier ist auch ne Höhle! Das sieht so verdächtig aus! Äh! Damit hätte ich nicht gerechnet! Ja! Ja! Kann ich nicht rutschen! Machst du O! Machst du N! Nicht gut! Was machst du? Jetzt muss ich dich leider kaputt machen! Machst du mich kaputt, mache ich dich kaputt! Okay! Dann mach dich nicht kaputt! Ich find die Aussprache einfach immer so cool! Natürlich! Ich weiß! Oh mein Gott! Was sieht aus ein Amadillo und der stirbt! Und ein K! Und ein... Seil! Geil! Ah! Ah! So! Und jetzt? Da war ein Loch! Wow! Was? Äh! Do! Do! Penis! Was? Nintendo! Ja! Nintendo! Nintendo! Eindeutig! Nintendo! Nintendo! Yoshi Story! Ja! Genau! Ja! Das ist Nintendo! Ich bin froh, dass wir in einem Level nicht so viele Buchstaben auf einmal sammeln müssen! Ich wär froh, dass hier wäre Yoshi Story! Ich werd's nicht IP'n! Das wird schon so oft gemacht! Ja! Ich werd's auch nicht machen! Aber... Aber es wär sehr viel einfacher! Es wär so viel einfacher! Es ist... Yoshi Story ist wirklich der lebende Beweis dafür, dass die Spiele also ab der N64 Ära wirklich ein bisschen leichter geworden sind als die Spiele vorher! Mhm! Meiner Meinung nach! Sag ich nur das fast mit! Eventuell triff ich ja irgendeinen auf irgendeinen Gegner! Nee, der Gegner trifft auf mich! So! Der Gegner macht dich kaputt! Da ist runter, hoch, runter, ganz schnell immer hin und her springen! Doch nicht! Was? Dann kam ein Hund... Ach nee, das kam... Jetzt kommen hier zwei Gegner! Zwei Gegner, Vorsicht! Oh! Ja stimmt, das kam jetzt später! Oh mein Gott! Was? Noch einer! Noch einer! Jetzt kommt... Jetzt kommt... Jetzt kommt... Jetzt kommt hoch... Äh... Runter, hoch, runter! Oh! Speicherfass... Sehr schön! Sehr gut! Oh mein Gott! Oh, ich bin da irgendwie... Das wird spannend geworden! Ja, da bin ich! Cool! Cool! Wow! Wow! So, da den geh ich da benutzen, um da auch an die Linie zu kommen! Oder ich mach es einfach so! Ja, oder so! Genau! Wir... Wir sind erst beim O! Oh mein Gott! Das bedeutet... Entschuldigung, ich kann wieder extra Leben sammeln! Äh... Voll geil! Was wolltest du sagen? Was bedeutet dieses? Äh... Wir sind erst beim O! Das bedeutet, dass... Das Level ist noch sehr lang, oder? Ja! Scheiße! Ich hab Angst! Aber auch hier weiß ich, wo sich das Ding, diese riesen Statue für die Verdopplung befindet! Mensch! Zufälligerweise weiß ich es auch! Nicht! Das sieht aus, als ob dieser Fisch die ganzen kleinen Dinge Omnom nummt! Ja, irgendwie! Na da weiß ich, nee, das lohnt sich noch nicht! Vielleicht hab ich Glück und ich bekomm noch eins zusammen! Nein, du sollst da hoch! Das sind doch keine Sekunden, die da vergehen! Nein, das sind... Das sind... Minuten! Scheiß Minuten! Das sind Minuten! Du müsstest den Part beenden! Nein! Nee, noch nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will auch! Komm, eins kriegst du noch! Eins kriegst du noch! Eins kriegst du noch! Ohohohoho! Das hat sowas verklappt! Ja, wir haben mal wieder über 10 Leben! Ja, word of tight! Eigentlich müsste man an so einer Stelle safe staten, aber machen wir ja nicht! Nee! Nee! Er hat mir so lange nicht mehr! Ach nee, du bist nicht hier! Was ist das für ein Schiss? Zerzack! Und... Ich sag's ganz unverbisse! Keanu, des war beschisse! Haha! Dähdäh! 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 Ja... Lassen wir das! genau oh junge oh junge du hast das Ohr versaut Arme brauchen wir wie komm ich da ran ja mit dieses Gegners der da rumgesprungen ist hättest du da rangekommt Gegners sind eh völlig überbewertet wir haben genug Leben wir kommen hier durch ja und da oben ist ne rote Biene oh fuck it was geht nicht wie hat der sich denn da festgehalten geht nicht geht nicht es herrscht es herrscht es herrscht Gleichstand jeder von uns hat 10 Dinge ins Level geht nicht jeder hat 10 Leben nein geht nicht doch geht nicht geht nicht geht nicht Pan okay ich kann es ruhig Pan ja okay hey wieso Pan was wieso Pan Pan ja wer sagt hier Pan wenn du Pan sagst sag ich Vegeta ok okay äh alles klar juhu ja toll super leck mich ne wir müssen den Part eh wieder mal beenden das heißt keiner muss singen oder keiner muss singen das war ja Keanu und euer WeHawkLP bis zum nächsten Mal ciao bis dann